hallo und herzlich willkommen hier ist der pinkfanta ich begrüße euch recht herzlich in cold war wir spielen eine runde team suchen und verstecken bedeutet dass eine team hat einen team leader der sucht alle meine leute die sich versteckt haben und ich suche dem seine leute wenn ich alle gefunden habe dann darf ich ihn killen wenn er alle meine gefunden hat dann darf er mich killen wenn wir beide gleichzeitig alle gefunden haben ihr wisst bescheid meine lieben freunde von daher schalten wir uns mal ins discord ihr habt noch fünf vier drei zwei eins let's go so dann hoffe ich mal okay da war es keiner also ich glaube auf der map kann man schon das einige hier liegt einer aber der licht schon dort kann man das eine oder andere schon irgendwie ganz gut nutzen zum verstecken ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll hier denk dran wenn einer rumrennt den nicht abschießen das bin ich denn genau so das wäre eventuell kacke wenn die ganzen büsche ich habe den ersten der hat sich tatsächlich der hat sich gewagt hier bei mir das ist nicht dein ernst leil alter das ist ja schon frech oh hier muss man echt aufpassen dass man nicht irgendwas übersieht da bist du echt am arsch wenn du nochmal anfangen musst ja ich sagte ich dachte auch hier auf der map alter geht bestimmt einiges was hier zum verstecken möglich ist kommt man nicht hoch das wäre ein wenn man hier hoch käme das wäre unnormal oder ich hier wenn man ne kann ich nicht hier nicht hin ne es geht sowieso nicht was ist denn mit dir los aber nicht lachen wenn einer vorbei rennt nachher oder so wenn ihr zuguckt oder so ne also nicht irgendwie was verraten vier bis sechs wochen später das ist keine heißt ich bin in der nähe von jemanden denkt dran schweigen ist mehr als silber und gold diesmal jetzt hat sich keiner in die wische gelegt die hoffnung war groß dass ich einen erwische ja die haben sie echt gut versteckt ne also ich habe jetzt was weiß ich zwei stücke gefunden wie viel hast du gefunden ne auch zwei ich habe ein sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut immer noch gleichstand digga habe ich hier richtig geguckt kann man bestimmt auch überall drauf hier ey ne hier ist nix äh der ist tot das war meiner nein da ist auch keiner ist nicht dein ernst ich habe mich richtig erschreckt lel ich habe ihn erwischt er hat da drinnen gelegen ich habe es gewusst diese scheiß bischen hier alter so jetzt habe ich aber echt ein problem ne jo jetzt habe ich ein problem ich habe alles durchsucht und mir fehlen welche ach du scheiße zwei stück fehlen mir noch hä warum sind auf einmal so viele da drüben jetzt auf einmal ach weil du drüben zuguckst zwei stück fehlen mir noch also ach du kacke er hat er hat einen gefunden nein digga wo sollten die sein die beiden ich weiß auch nicht da ist einer glaube ich rübergegangen in dein team das verwirrt ein bisschen er ist schon tot er ist auch tot lel alter wo denn ok da habe ich einen sollte jetzt gleich stand ne alter wo könnte der eine noch sein ich habe keine vorstellung dass ich echt nur einen in den bischen versteckt hat das kann ich mir gar nicht vorstellen lel alter wo denn ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wo denn er sein könnte und da hoch ne ja habe ich ja schon geguckt alles hier wie ist das schabernack wo kann der sein ich habe keinen schimmer alter wo kann der denn sein ich habe doch alles abgesucht ich habe dich nicht gesehen ich habe nur dahin geschossen das war der plan dass du mich nicht siehst lel oh warte mal hab da gerade was gehört wie ne komm raus komm raus hihihi papi hat was für dich lass dich überraschen dann null wo ist er jetzt hat er sich irgendwo hingelegt oder so turbo rein machen wo bist du Er ist auf der Black Ops 2 Map Komm raus Lel, Alter, waaat Alter, wo ist der? Ich glaube ich habe ihn gesehen, ich bin mir nicht sicher Hä? Ich höre doch Oh mein Gott, ich höre doch, er hat geschossen, deswegen habe ich ihn gehört, Bruder, Alter, nur deswegen Ja Hallo Ich bin überfragt, dass du ihn nicht als erstes gesehen hast Ja Das war echt knappes Ding, Alter, unnormal So mein Lieben, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, lasst mal einen Kommi da, was euch so gefällt Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen Däubchen mit dein Träumchen Haut rein, dass du das nächste Mal, wenn ihr mitmachen wollt, 19 Uhr abends bei Twitch Link ist unten überschreiben Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.